Moin, wir sind jetzt mit 20 Leuten hier oben auf dem Fernsehturm und zwar deutlich oberhalb vom Restaurant und gehen jetzt einmal außen rum. Cooler Blick, man sieht Hamburg von einer ganz anderen Perspektive, von der AIDA im Hafen über die Kühlbrandbrücke und immer von oben nach unten. Richtig großartig, freue mich doll wie Bolle, dass es demnächst eröffnet wird. Naja demnächst ist übertrieben, also in drei, vier Jahren eröffnet wird, dann kommt man hier hoch. Kann ich nur empfehlen, coole Sache.